Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie der Mensch die Umwelt nutzt? Das kann nämlich auf vielfältigste Weise geschehen. Der Mensch betreibt Ackerbau und Nutztierhaltung und fördert fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung. Aber das bringt auch Probleme mit sich. Zu Urzeiten nutzte der Mensch die Umwelt lediglich, indem er Tiere jagte oder einfachen Ackerbaubetrieb. Zunächst hatte dies aber kaum Folgen für die Umwelt. Da es nur wenige Menschen gab, die die Umwelt nutzten, blieb diese in ihrem komplexen Gleichgewicht. Später nutzte der Mensch die Umwelt auch zur Energieerzeugung, beispielsweise um sich zu wärmen. Die Energie gewann er anfänglich.